E-Nautic präsentiert das Terrassensystem Terrace Plus aus Twinson, die Premiumlösung für hohe Beanspruchungen. Terrace Plus eignet sich sowohl für private Einsatzbereiche als auch für gewerbliche Anwendungen wie Hotels und Restaurants. Als zukunftssicheres Terrassensystem ist Terrace Plus zu 100% wiederverwertbar und PEFC-zertifiziert. E-Nautic bietet unterschiedliche Möglichkeiten an, um die Terrassen einfach und schnell auf verschiedenen Untergründen zu verlegen. Unterkonstruktionsprofile aus Twinson-Material oder Aluminium können auf einer ebenen Betonfläche verlegt werden. Dabei ist zu beachten, dass der Abstand zwischen den Profilen an den Enden kleiner ist als in der Mitte. Sehen Sie außerdem ein ausreichendes Gefälle für den Wasserablauf vor. Auch für unebene Unterkonstruktionsprofile bietet E-Nautic eine Lösung an. Hier ist der Abstand zwischen den Unterkonstruktionsprofilen an den Enden ebenfalls kleiner als in der Mitte. Terrace Plus kann auch als freitragende Konstruktion verlegt werden, zum Beispiel beim Bau einer Dachterrasse. E-Nautic hat spezielle Trägerprofile für eine schwimmende Verlegung entwickelt. Nach dem Verlegen der Unterkonstruktion sind auch die weiteren Montageschritte ganz einfach. Das rutschfeste Material lässt sich problemlos mit Standardwerkzeugen verarbeiten, ist splitter- und spaltfrei und fault nicht. Befestigen Sie die Anfangsklips mit Schrauben und verlegen Sie die erste Diele. Sichern Sie jeden Clip mit einer Schraube. Jede Diele wird mit zwei Schrauben links und rechts vom Clip gesichert, um das Verschieben zu verhindern. So ist auch der Rest der Terrasse rasch montiert. Da die Bretter hauptsächlich aus natürlichen Materialien bestehen, ist beim Verlegen ausreichend Abstand zwischen den Dielen und am Rand vorzusehen. Als Abschluss können Aluminiumprofile eingesetzt werden, auch in Kombination mit Abschlussleisten aus Twinson. Nach dem Verlegen wird die Terrasse mit einem Hochdruckreiniger gereinigt, um Sägespäne zu entfernen. Falls nötig, können einzelne Dielen einfach ausgetauscht werden. So werden Sie mit dem Terrassensystem Terrace Plus aus Twinson von Enautic lange Freude an einem stilvollen Außenbereich haben.